Rote Rosen Vorschau Folge 3915 Tina erhält ein tolles Angebot. Ich hatte die Gelegenheit, im Winter drei Monate lang in einem Musikstudio in Andalusien zu arbeiten. Ben ist entschieden dagegen. Wie würde der Alltag ohne sie funktionieren? Doch Tina lässt sich nicht beirren und trifft ihre eigenen Entscheidungen. Carla überredet Britta, sich in der Klinik testen zu lassen. Bildet sie sich Michael wirklich nur ein? Die Diagnose wird irgendwann klar sein. Jordis verspricht Klaas, innerhalb von drei Wochen eine hochkarätige Theaterproduktion auf die Beine zu stellen. Punkt ihre Familie möchte sie zwar einbeziehen, doch die Begeisterung dafür ist gering oder gar nicht vorhanden. Leila und Marvin spielen zusammen. Wer meldet sich zuerst? Dann treffen sich die beiden zufällig und Leila stiehlt übermütig ein Tretboot. Punkt kurz bevor sie einen leidenschaftlichen Kuss austauschen, erscheint plötzlich die Polizei vor ihnen. Doch nachdem Leila das Kommando übernimmt und aufgeregt ist, landen die beiden zusammen im Bett. Punkt.